So, willkommen zurück zu LP-Minecraft. Ich könnte mir das einfach machen, da runterzukommen. Ja. Zuerstliche Kilometer laufen, bis ich da zum Wassersturz schädet den Sturz ab. Ich müsste mein Problem abbauen, falls ich Spitzhacken brauche. So. Aber die ganze Lüge mal so. Der Doktor Bilke hat wirklich gesagt, meine Mutter soll da zocken und soll sagen, ich soll hier was ordentliches machen, arbeiten hier oder so, hat er immer gesagt. Der hat immer gemeint. Hat die hohe Seite schon erzählt. Der hat das Smartphone zum Telefonieren, da nicht zum Zocken. Muss das schon jedem Menschen alleine überlassen. Tja, aber... Er ist wirklich sehr streng dagegen, also... Ja. Ja. Hat er immer gesagt, meine Mutter soll mir Druck machen. Also nicht Druck, sondern, soll man den Eviden lesen. Damals denn auf der Station war er, hat er immer gemeint. Hat er immer gemeint, das ist ein Wunder, dass ich dann so drauf bin, wie mit Suizid und so alles, wenn ich spielen tue. Der sagt, die Konsolen sind daran schuld. Herr Profak, bitte, Monsieur Lapadiz, Sie sind hier zu Hause und machen Sie sich gemütlich. Ja. Ach ne, ich bin in den Cave, wir kommen wohl schon wahr, ey. Das gibt's doch nicht. Dann werde ich jetzt mit der Rest in Kreativmodus erstmal rumfliegen und werde versuchen mal zu finden. die Dieter Maier nicht. So, den lassen wir runterfliegen. Kommt hier noch mehr? Das ist ja ne Scheiße, ey. Ich dachte, ich hab ne schöne neue Hülle gefunden, aber nein. Du musst mir bitte die genaue Anzeige auf der Ebene für den Namen nennen. Ich könnte auch ehens machen, rat mal wat. Könnt mich runtergraben und könnt mich durchsprengen mit TNT. Das könnte ich auch machen, eigentlich. Für hier gibt's da, glaube ich, dieses komische Update soll es ja mehr Höhe nehmen. Ist die Hülle wenigstens neu? Sieht so aus, ja. Ach, wie ist die Kommission ein paar Fackeln? Nein, noch nicht. weil, hat er immer gesagt, hat er immer gemacht, Er meint, normale Menschen lesen Bücher, dumme Menschen spielen eine Konsole, hat er immer gesagt. Ja, der hasselt, der kann das überhaupt nicht ab. Aber der Richter, der mir in die Richter gebracht hat, war auch nicht so begeistert davon, dass sie spielen. Für eine Konsole. Hat er mich geschimpft, warum deilest du so viel rum, wenn du hier eine Wiesn wirst? Der Hoch ist hart. Macht aber Spaß, und Spaß ist wichtig. Schreit denn da draußen so? Ja. Er wundert, dass dein Hund nicht bellt. Ich glaube, der scheiß Pepe würde jetzt schon aggro werden. Eigentlich mag der Hund sowieso nicht so richtig. Der war früher viel zugänglicher als heute. Ja. Er war ja noch jung. Ja. Ich glaube, ich habe ein bisschen Kupfer gefunden, wo er es denn? Du magst ihn auch nicht, oder nicht, den neuen Köter? Ja, das machst du leider nicht, das ist das Problem. Ja, und? Nun, Sie wissen nur, dass es dort abschließt. Hier ist schon wahnsinnig gerade auf der Welt passiert. Ja. Dann. 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 So, fliegen wir mal irgendwo, fliegen wir ein bisschen weiter weg und gucken, ob ich irgendwo eine Höhle finden, aber ich kann zu glauben, also ich glaube, der Bilke und der Ine Rieschok können Freunde werden. Warum nicht? Was dürfen sie nicht? Freunde werden? Nee. Ich kann es in der Bähle zocken. Sollen sie Bücherfreunde nennen? Bücherfreunde. Wie sagt man dazu, Leseaffen, Leseraten, was sagt man dazu? Ich muss wirklich sagen, ich bin extrem leserfreu hier, also mir macht es überhaupt keinen Spaß. Auf der ganzen Karte gibt es nur eine Höhle, ey, das ist doch... Hier ist doch noch einer. Oder? Ich führe da so ein Vorarsche-Käferes. Nee, das ist King Cave. Jetzt nicht schön, wenn ich es finde, dann spreng ich mich wirklich durch, also... Nee, ich spreng mich jetzt durch, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ich spreng jetzt auf Ebene 16, und dann haue ich mich mit Dandamid durch. So. Was machen die denn da für ein Dreck? Keine Ahnung. So, jetzt lappe, sammig das mal rein. Jüdische, amerikanische Soldaten. Der hat auch Langeweile, ja. Wir werden über Frankreich abgesetzt, hat sich die Listen gekauft. Und sobald wir auf den deutschen Gebieten, als die Reha-Kampfgruppe in Hinterland, haben wir nur noch ein Ziel und ein Ziel allein. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich komme doch nicht extra von den scheiß Smoky Mountains runter, überquert 5.000 Meilen Wasser, kämpft mich durch Heiz-Syrien, und springen aus dort einem Kreisflugzeug, um die Nazis einzutrichtern, was Menschlichkeit ist. Nazis kennen keine Menschlichkeit. Das stimmt, Nazis kennen keine Menschlichkeit. Das stimmt. Das sind die Massenmordenden Psychopathen und Gehören vernichtet. Gibt es in der Ohr nicht recht? Gibt es in der Ohr nicht recht? Hm. So. Wie ist es so lästig, ey? Irgendwo muss ich sagen, KVM. Und die Deutschen werden über uns reden. Und die Deutschen werden uns furchten. Und wenn die Deutschen nachts ihre Augen schließen und ihr Unterbewusstsein sich foltert für ihre Unterarten, dann werden sie dabei an uns denken. Das wird sie quälen. Klingt das gut? Häh! Das höre ich gern. Aber eine kleine Vorwarnung noch für meine angehenden Krieger. Wer bei mir kämpfen will, der hat einen Soll zu erfüllen. Wow, ich habe einen KV gefunden. Jetzt will ich schummeln, aber ging ja nicht anders. Unter meinem Kommando schuldet mir 100 Nazi Skips. Und ich will meine Skips. Und jeder von euch bringt mir die 100 Nazi Skips. Ich will 100 Skips von 100 Toten nach. Pfff! Der Hitler! Ja! Vielleicht wollen sie die tote Queen verärgern Vielleicht wollen sie die tote Queen verärgern Ja, für das Mago Vielen Dank. Selbstverständlich will ich den Seelen. Danke, dass ihr mich eigen macht. Schicken Sie ihn rein. Ich will so ein bisschen Eisen hier, so einen Stress zu machen. Seid mal kurz in Gott.